Herzlich willkommen bei 99.1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit der Juristin und SPD-Linken Franziska Drosel über die eine oder andere juristische Frage rund um die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Kohle Eigenen in Berlin. Herzlich willkommen Franziska. Ja hallo, freut mich dabei zu sein. Ja ich freue mich auch, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor, Franziska Drosel ist 1980 in Berlin geboren, in West-Berlin glaube ich und hat Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität studiert. 2006 bis April 2008 war sie Landesvorsitzende des Juso-Landesverbandes in Berlin, dann von 2007 bis 2010 Bundesvorsitzender Jusos. Seit 2012 ist sie als Rechtsanwältin zugelassen und arbeitet zunächst für eine Arbeitsrechtskanzlei und seit 2017 arbeitet sie als Rechtsreferentin für die Bundeskoordinierungsstelle spezialisierter Fachgruppen, Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Und vielleicht kann man noch hinzufügen, dass Franziska ja auch eine recht bekannte SPD-Linke ist. Es gab damals so die ein oder andere Auseinandersetzung um ihre Mitgliedschaft in der Roten Hilfe, da kann ich mich zumindest noch erinnern, dass ich da das erste Mal von dir gehört habe. Gab es einen riesen, heutzutage würde man sagen Shitstorm gegen dich, weil du Mitglied in der Roten Hilfe warst. Und du bist auch verantwortlich dafür, dass die SPD-Linke bei einem ihrer letzten Landesparteitage hier in Berlin durchbekommen hat, dass sich der Landesparteitag dafür ausspricht, wenn die Vergesellschaftungskommission zu dem Ergebnis kommt, dass vergesellschaftet werden kann, dass die Linke, das ist, äh Quatsch, die Linke sage ich schon, dass die SPD das dann auch machen muss. Genau und weil du auch Jurist bist, auch Ahnung hast, sagten wir, wir sprechen mit dir mal die Ergebnisse des Zwischenberichts durch. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Berlin gab es einen Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Kohlen Eigen. Über eine Million Menschen haben dafür gestimmt, dass große Immobilienkapitale mit über 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Sprich, dass sie zurück an die, die gehen, die sie dann auch gebaut haben, zwar in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Und die Koalition, die sich dann 2021 gebildet hat aus SPD, Grün und Linken, konnte sich nicht darauf einigen, das so eins zu eins umzusetzen, sondern hat eine Vergesellschaftungskommission eingesetzt, die das Ganze erstmal juristisch vor allen Dingen, also die Aufgabe war auch noch ein paar andere Sachen zu prüfen, aber ich glaube, der Fokus lag auf dem Juristischen. Und die haben jetzt im Dezember des vergangenen Jahres 2022 einen Zwischenbericht vorgelegt. Und diesen Zwischenbericht, den gucken wir uns heute mal genau gemeinsam an. Vielleicht als erstes, was hältst du denn überhaupt davon, dass es diese Kommission überhaupt gab? Also hätte es einen anderen Weg gegeben, war das notwendig, eine Kommission einzusetzen, deiner Meinung nach? Oder ja, wie ist das zu bewerten? So eine politische Frage, wie das Thema Vergesellschaftung, der Artikel 15 sagt ja eigentlich nicht, dass es dann noch irgendwelche juristischen Abwägungen braucht, sondern dass es vor allen Dingen eine politische Frage ist, in so eine Kommission zu stecken. Was hältst du davon? Ja, also ich war tatsächlich am Anfang durchaus eher kritisch, weil meine Haltung durchaus war, dass die Berliner Bevölkerung sich ja mit doch sehr deutlicher Mehrheit für den Volksentscheid ausgesprochen hat. Und da hätte ich mich jetzt erst mal auf den Stammpunkt gestellt, dass es dann auch Aufgabe der Berliner Regierung ist, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die Arbeit der Kommission als Vorbereitung für ein Vergesellschaftungsgesetz jetzt nicht nur einfach politisch, juristisch, wissenschaftlich sehr, sehr spannend fand, sondern dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es in der Umsetzung durchaus hilfreich ist, weil es ja schon eine große Angst davor gibt, dass es später rechtliche Auseinandersetzungen um so ein Gesetz gibt und den Impuls von vornherein, so gut wie möglich und so juristisch unangreifbar wie möglich zu machen, das kann ich durchaus verstehen. Und die Diskussionen, die da geführt werden und die Erörterungen, also soweit ich das mitbekommen, die Kommission tagt ja vertraulich und soweit man das jetzt aus dem Zwischenbericht sehen konnte, habe ich den Eindruck, dass da durchaus sehr viel Fachwissen und Fachexpertise ausgetauscht wird und auch Argumente hin und her gewogen werden. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann für eine Umsetzung später mal sehr, sehr hilfreich ist. Gut, dann wenn wir uns jetzt mal diesen rechtlichen Fragen zu und einer der zentralen Streitpunkte ist die Zuständigkeit. Also ist das Land Berlin überhaupt zuständig? Da gibt es eine Regelung, die nennt sich konkurrierende Gesetzgebung. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, in denen können sowohl die Bundesländer als auch die Bundesebene Gesetze erlassen. Und um da eine Konkurrenz auszuschließen, ist primär immer das Bundesrecht dasjenige, was gilt im Zweifelsfall. Was genau soll jetzt im Zweifelsfallgesetz in Berlin das Problem sein? Also den Punkt, den kann ich nur nicht nachvollziehen, weil meine Auffassung tatsächlich wäre, dass er in der Gesellschaft und in der Bildungsunternehmen konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt. Da hat der Bund in meinen Augen sich nicht, von Gebrauch. Also es gibt ja bisher in der bundesdeutschen Geschichte noch keinen Anhalt von Artikeln, sodass durch ein Tätigwerden des Bundes die Landeskompetenz Landesberlin nicht gesperrt ist. So, genau. Da hat jetzt, glaube ich, die Kommission wurde da noch ein bisschen erörtert, ob man überlegen könnte, ob sich teilweise aus dem Tätigwerden im Bereich der Mieten sich daraus möglicherweise irgendwas gesperrt werden könnte. Ich meine, das unterfällt klar dem bürgerlichen Gesetzbuch. Also das hat sich, soweit ich das in Erinnerung habe, jetzt auch nicht in der Kommission, ist es ein ziemlich eindeutiger Fall der konkurrierenden Gesetzgebung. Es liegt kein Gebrauchmachen des Bundes vor und deshalb kann das Land Berlin da tätig werden. Also kurz gesagt, es gibt kein Vergesellschaftungsgesetz des Bundes, also kann das Land einfach selbst eins schreiben. Aber das könnte ja auch bedeuten, dass der Bund, um eine Vergesellschaftung zu verhindern, einfach eins beschließt, eins, das quasi verunmöglicht. Ist das eine Gefahr? Also die Gefahr sehe ich jetzt gegenwärtig nicht. Mir ist nicht bekannt, dass irgendwo auf Bundesebene diskutiert wird, dass der Bund ein Vergesellschaftungsgesetz erlassen wird oder so. Aber grundsätzlich, klar ist es bei der konkurrierenden Gesetzgebung so, wenn der Bund allumfassend von seiner Gesetzgebungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat, dann ist es für den Landesgesetzgeber gesperrt, die Gesetzesmaterie. Und ich habe auch nirgendwo Punkte, dass auf Bundesebene darüber nachgedacht wird. Ja, für die Nichtjuristen unter uns, zur Erklärung vielleicht, also eine Vergesellschaftung ist tatsächlich etwas, wo das Grundgesetz vorsieht, dass es dann ein entsprechendes Gesetz geben muss, das dann auch so steht es in dem Grundgesetz Art und Ausmaß der Entschädigung regeln soll. Das heißt, Vergesellschaftung geht nicht irgendwie hoheitlich, oder sowas, sondern dafür brauchst du halt ein Gesetz. Und darüber sprachen wir gerade. Und ein weiterer Streitpunkt ist ja, ob der Artikel 15 vielleicht gegebenenfalls gewissen Schranken unterliegt. Also wieder für die Nichtjuristen, es gibt in Artikel 1 bis 20 sind bestimmte Grundrechte geregelt und diese Grundrechte unterliegen aber bestimmten Schranken. Also in manchen Grundrechten steht, also Grundrechtsartikel steht dann zum Beispiel drin, das nähere regelt ein Gesetz oder sowas. Oder manchmal stehen auch in den Grundgesetzen bestimmte Einschränkungen, weil im Eigentumsparagrafen ist es beispielsweise eine der Schranken, dass das Eigentum der Allgemeinheit dienen soll. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das praktisch irgendeine Rolle spielt. Also meiner Meinung nach schön mal nicht. Aber wie ist es denn mit dem Artikel 15 im Vergesellschaftungsparagraf? Und da liegt ja irgendwelche Schaden. Ja, der Artikel 15 ist tatsächlich im Grundgesetz schon auch ein bisschen was Binderes. Und man muss auch dabei immer berücksichtigen, dass es in der bostdeutschen Geschichte noch keinen Anwendungsfall von Artikel 15 gegeben hat. Deswegen reden wir hier in einem Bereich, wo juristisches Neuland betreten wird und wo wir nicht höchstrichterliche Rechtsprechung zur Rate ziehen können, weil darüber eben tatsächlich noch nicht entschieden wird, weil es entschieden wurde, weil es einen Anwendungsfall gibt. Und was richtig ist, Artikel 15 findet sich quasi im Grundrechtekatalog wieder, ist aber von seinem Charakter her, fällt er da tatsächlich dann auch wieder raus. Weil eigentlich Grundrechte, die Idee von Grundrechten ist ja, dass jeder, jedem Menschen in diesem Land bestimmte Freiheiten gegeben werden und wenn der Staat in diese Freiheit eingreift, dass dieser Eingriff gerechtfertigt sein muss. Und dann wird eben auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Also beispielsweise, es wird in die Meinungsfreiheit eingegriffen, in dem verboten wird, eine bestimmte Meinung zu äußern, dann müsste eine entsprechende Maßnahme geeignet erforderlich und angemeldet sein. So, das ist natürlich im Bereich der Vergesellschaftung tatsächlich, da eben nicht geregelt ist, dass in das Grundrecht eines Individuums eingegriffen wird. Sondern es wird gescheitert, sich dem Markt zu entziehen und diese Gemeinwirtschaft organisieren. Und dass da auch Grundrechte mit von betroffen sein können, das ist natürlich völlig klar. Also da wird definitiv in zum Beispiel Artikel 14 der betroffenen Wohnungsunternehmen eingegriffen. So, und andere Grundrechte können auch betroffen sein. Aber der Artikel 15 ist von seinem Charakter und von seinem Gehalt tatsächlich was anderes. Deswegen ist es eben auch umstritten oder wird in der wissenschaftlichen Literatur hin und her diskutiert, ob Artikel 15 auch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen wird, was man vielleicht als Kranker ansehen könnte. Ansonsten würde ich mich nachstellen, dass Artikel anderes ist von seinem Gehalt her und Voraussetzungen unterliegt, aber eben tatsächlich was anderes ist als ein klassisches Freiheitsgrundrecht zum Beispiel. Ich hatte euch ja gerade schon gesagt, in manchen Artikeln stehen halt die Schranken dieses Artikels auch drin. Wenn ich jetzt mal in Artikel 15 vorlese, Grund und Böden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durchgängigen Gesetz das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und dann steht dann noch für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Das sind die Grundgesetzregelungen, die genutzt werden, wenn zum Beispiel für RWE ein Dorf abgebaggert wird. Also Enteignungen finden ja regelmäßig statt. Das ist dort geregelt und in der ähnlichen Art und Weise soll eben dann eine Entschädigung geregelt werden. Da sehe ich jetzt erstmal keine Schranken, die zumindest im Grundrecht benannt worden sind. Also das heißt, wenn da irgendwelche Einschränkungen dazukommen, dann tatsächlich nur durch Rechtsprechung. Also jetzt nicht durch wirklich etwas, was im Grundgesetz steht. Ja, also ich meine, natürlich ist es so, dass Artikel 15 auch an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Also es muss quasi ein Gut betroffen sein. Es muss durch ein Gesetz vergesellschaftet werden. offene Gut, also zum Beispiel Rund und Boden eben in eine geweinwirtschaftliche Organisation überführt werden. Also das ist jetzt nicht voraussetzungslos. So. Aber genau, also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz steht jetzt so explizit erstmal nicht drin. Vielleicht allgemein nochmal was zur Juristerei. Ich habe ein paar, in meinem Studium ein paar juristische Vorlesungen besucht und in meiner ersten, das war Staatsrecht, kam der Prof rein und hat erstmal gesagt, ja, was Sie verstehen müssen über Rechtswissenschaften ist, zwei Juristen, drei Meinungen. Das heißt, nur weil es irgendwo festgestimmt steht, heißt es nicht, dass sich alle darüber einig sind, wie das auszulegen ist. Und es gibt da sehr, sehr große Unterschiede und das wird da teilweise wirklich absurd kleinteilig überlegt über bestimmte Fragen. Diese Frage der Schranken beispielsweise, da gibt es ja auch Stimmen, auch in der Kommission, die sagen, okay, mit Artikel 15 haben wir es, also Artikel 15 steht im Grundrechtekatalog und Artikel 15 ist tatsächlich auch ein Grundrecht und zwar ein kollektives Grundrecht, darüber zu zu bestimmen, wie die Eigentumsverhältnisse in der Bundesrepublik aussehen sollen. Also ein demokratisches Grundrecht der Gesellschaft quasi. Was hältst du davon? Ja, also das als demokratisches kollektives Recht Gestaltung der wirtschaftlicher Fragen und auch der Gesellschaft anzusehen, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie im Einzelfall Vergesellschaftungen stattfinden können, dass sie rechtlich dem Grundgesetz entsprechen. Das ist tatsächlich die Frage. Und da haben wir die Problematik, dass wir eben keinerlei Rechtsprechung haben, mit der wir diskutieren könnten, wie so ein Gesetz ausgestaltet werden kann, sondern wir haben verschiedene wissenschaftliche Optionen und zum Beispiel zum Verhältnismäßigkeits Grundsatz, also ob der Anwendung oder nicht, da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen zu. Und ich glaube, wir können alle nicht einschätzen, wie das Gerichte später mal sehen werden, sondern das Einzige, was man gegenwärtig versucht, besonders sauber juristisch zu argumentieren. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das, was man jetzt von juristischer und auch politischer Seite gegenwärtig machen kann, weil da tatsächlich einfach vieles offen ist. Ja, genau. Ich muss sozusagen, wir können mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, also es geht um Milliarden, dass das natürlich vom Kadi landen wird. Also das wird wahrscheinlich angegriffen landesverfassungsrechtlicher Ebene und auf bundesverfassungsrechtlicher Ebene, also das heißt, da wird es auf jeden Fall weitere juristische Auseinandersetzungen geben. Und man muss dazu ja auch sagen, es ist ja keine reine Sachfrage, wenn wir uns angucken, wie Verfassungsrichter Verfassungsrichter werden, nämlich in der Regel mit zwei Drittel Mehrheiten, bestimmt, also in Bezug als Bundesverfassungsgericht beispielsweise, was da jetzt letzte Wort haben wird, zwei Drittel Mehrheiten entweder des Bundestags oder des Bundesrates, dann ist auch völlig klar, dass da bestimmte Auslegungsarten auch mitbestimmt werden, die durchaus auch politisch sind. Also auch die Besetzung in der Kommission war ja hochgradig politisch aufgeladen und dort gibt es Expertinnen und Experten, die sind benannt worden, weil die entsendenden Parteien wussten, die sind pro Vergesellschaftung. Es gibt aber auch genauso Leute, die entsendet worden sind, weil andere wussten, die sind gegen Vergesellschaftung und so eine ähnliche Problematik haben wir auch natürlich im Bundesverfassungsgericht. Also da darf man sich sozusagen jetzt nicht einreden, dass es vollkommen neutral und wissenschaftlich dort vorgeht, sondern da gibt es natürlich auch etwas, was Menschen auch mitunter vielleicht Klassenjustiz nennen würden. Okay, also was aber relativ klar ist, ist ja, was enteignet werden kann. Also Grund und Boden steht wortwörtlich drin und das bedeutet immer auch, okay, das, was drauf gebaut ist auf den Grund und Boden, zum Beispiel Wohnung, das gehört da auch mit dazu. Da ist auch die Vergesellschaftungskommission sich relativ einig. Was nicht so ganz klar ist, die Frage dann, in welcher Eigentumsform soll es dann eigentlich transferiert werden, in dem Zwischenbericht steht, ein schlichter Transfer zum Staat, um wie ein Privater Nutzung zu ziehen, ist damit ausgeschlossen. Was heißt das? Franziska, ich höre dich gerade nicht. Was du gerade angesprochen hast, genau das, was ich auch selber am Artikel 15 so wahnsinnig spannend finde, weil es eben tatsächlich eine Anziehung des Wirtschaftens vorsieht. Wir kennen meistens bisher, dass Staat bestimmte Sachen organisiert oder privatwirtschaftlich, also marktwirtschaftlich organisiert wird, tatsächlich vorgesehen, dass gemeinwirtschaftlich organisiert werden soll. Ja, da kann man ja verschiedene Sachen sich angucken und es gab quasi in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung auch immer wieder Momente, wo es Versuche gab, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Wirtschaften kollektiv und selbstbestimmt zu organisieren, sei es jetzt beispielsweise in Genossenschaften, aber auch in anderen Modellen und ich denke, da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, die denkbar sind und was die Kommission ja auch festgehalten hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, dass auf jeden Fall der Vorschlag der Initiative an der Anstalt des Öffentlichen auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wie eben quasi das Privateigentum in etwas Gemeinwirtschaftliches überführt werden kann. Worum geht es denn bei der sogenannten Vergesellschaftungsreife, die in dem Zwischenbericht auch diskutiert wurde? Ja, bei der Vergesellschaftungs- oder Sozialisierungsreife geht es um die Frage, ob die zu vergesellschaftenden Güter eine relevante wirtschaftliche Relevanz entfalten und die Vergesellschaftungsreife steht nicht explizit im Wortlaut des Artikel 15 drin nichts ist trotz gibt es in der wissenschaftlichen Literatur gibt es die Auffassung, dass es eine zusätzliche Voraussetzung ist, um ein Gut vergesellschaften zu können. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sich die Kommission in ihrem Zwischenbericht dagegen ausgesprochen mehrheitlich, dass die Vergesellschaftungsreife eine zusätzliche Voraussetzung des Artikel 15 ist, hat sich aber dafür ausgesprochen, dass die Vergesellschaftungsreife an anderer Stelle zum Beispiel im Rahmen der Verhältnismäßigkeit aber in der Kommission auch noch umstritten ist, ob es da geprüft werden soll. Ich wäre jetzt in Berlin gegangen, dass es bei Wohnungen mit über 3.000 Wohnungen sich definitiv um Güter handeln müsste, die durchaus einen relevanten wirtschaftlichen Bereich widerspiegeln, also eine wirtschaftliche Relevanz entfalten. Genau. Okay. Was ja so ein bisschen auch diskutiert wurde, ist ja, okay, wenn wir jetzt vergesellschaften, dann ja nicht einfach nur, und wir hatten es gerade eben schon, damit jetzt ein Staatsunternehmen draus wird, das einfach weiterhin privatwirtschaftlich wirtschaftet, sondern es braucht auch etwas, was sicherstellt, dass diese Enteignung auch dem Gemeinwohl dient. Und da gibt es auch eine Diskussion darum, ist Vergesellschaftung an sich schon Gemeinwohlzweck oder es wäre dann sowas wie ein Gemeinwohlzweck, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und wäre das alles eine Voraussetzung auch für Vergesellschaftung? Ja, also die Frage knüpft eigentlich daran an, ob die Vergesellschaftung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegt oder nicht. Und wenn der Standpunkt vertreten wird, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich ist, dann wäre es tatsächlich so, dass diese Vergesellschaftung legitim Zweck und dann müsste eben auch das Mittel, die Vergesellschaftung zum Erreichen dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sein. So, ich würde da schon nochmal viele Fragezeichen dran machen, also mein Standpunkt wäre gegenwärtig oder ich würde eher dazu neigen, dass Artikel 15 in seinem Gehalt tatsächlich ein Spezifikum ist und nicht wie ein klassisches Freiheitsgrundrecht zu behandeln ist und dementsprechend auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen ist, wäre jetzt mein Standpunkt, den ich tatsächlich, also dafür sprechen in meinen Augen mehr Argumente. Gleichzeitig würde ich, könnte, wäre vielleicht auch vertreten, zu sagen, dass es so eine hilfsweise Argumentation gibt. Das machen Juristinnen oft in so Schriftsätzen, dass wenn quasi die eigene originäre Meinung sich nicht durchsetzen sollte, dass es dann so eine hilfsweise Argumentation gibt. Und dann könnte man durchaus diskutieren, inwieweit, wenn eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich sein sollte, dann könnte man einmal diskutieren, was dann der Zweck der Vergesellschaftung ist. Da wäre jetzt auch erstmal meins Vergesellschaftung die Vergesellschaftung ist, also einfach, dass es die Möglichkeit gibt, demokratische Kontrolle darüber auszuüben, was mit bestimmten Wirtschaftsgütern passiert. Könnte man sich aber auch meiner Meinung nach hilfsweise auf die Argumentation stützen, dass es durchaus auch einige andere Zwecke gäbe, die legitim sind. Unter anderem steht ja auch in der Berliner Verfassung drin, dass es Wohnraum auch für Menschen geben soll, die eben eher keinen großen Geld haben, haben, sodass beispielsweise die Gewährleistung von Wohnraum für Menschen mit weniger Einkommen, dass das durchaus Zweck wäre und dann könnte man in meinen Augen auch gut argumentieren, warum dieses Instrument der Vergesellschaftung dafür geeignet, erforderlich und angemessen ist. Wenn sich die Auffassung durchsetzen sollte, dass so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich ist, wie gesagt, in meinen Augen spricht tatsächlich mehr dagegen. Also sozusagen Zweck der Vergesellschaftung ist, die gemeinwohlorientierten Maßgaben der Berliner Landesverfassung umzusetzen beispielsweise, wenn nicht schon der Zweck einfach das demokratische Grundrecht der Vergesellschaftung an sich ist. Genau, genau, genau. Also ich würde tatsächlich sagen, Zweck der Vergesellschaftung ist, eben demokratische Kontrolle über den Wirtschaftsbereich ausüben zu können und hilfsweise könnte man auch so argumentieren, dass genau gesagt wird, der Zweck ist, dass es ausreichend Wohnraum gibt, auch für Menschen, die eben nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Ja, bei der Entschädigungssumme nach Artikel 14 ist der Zwischenbericht ja ein bisschen vage geblieben, sage ich jetzt mal. wo sie sich einig sind, ist, dass es unter Verkehrswert auf jeden Fall geht, also momentan haben wir auch einen recht spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt, also das Betongold gilt als eines der letzten sicheren Anlagemöglichkeiten und da fließt sehr, sehr viel Kapital, auch aus dem Ausland, von irgendwelchen großen Pensionen oder von irgendwelchen Staatsfonds auch mit rein. Aber Konsens der Kommission scheint ja schon zu sein, dass Unterwert entschädigt werden kann und du hast in dem Buch von Deutsche Wohnen und Könnte Eigenen zusammen mit Fabian Thiel auch einen Beitrag dazu, genau zu dieser Frage verfasst und da argumentiert ich, dass es einen sehr breiten Ermessungsspielraum des Gesetzgebers für das Vergesellschaftungsgesetz dann geben, also gibt, und dass der auch genutzt werden sollte. Was waren da denn eure Überlegungen? Ja, also tatsächlich war ein bisschen auch unser Anlass, warum wir damals gesagt haben, dass wir dazu was schreiben wollen, dass ich den Eindruck hatte, dass es in der Berliner Diskussion zeitweise tatsächlich so eine Verengung gegeben hat, in der es öffentlich so dargestellt wurde, meistens natürlich von eh völlig unter Verkehrswert mit der Summe entschädigt werden muss, diese Summe dann auch einmalig gezahlt werden muss, und dass das einfach für den Berliner Haushalt eine totale Überlastung darstellen würde, ist tatsächlich auch Argument mir bei Unterschriften begegnet ist. Und da habe ich mich immer sehr drüber geärgert, weil ich dachte, ich verstehe gar nicht, wieso es so eine Verengung im öffentlichen Diskurs gibt, weil sich für diese Verengung in der juristischen Gesichtspunkten erstmal in meinen Augen wirklich lassen und wenn Argumente die ich zumindest gar nicht überzeugend finde. Und der Fabian Thiel, der kommt halt tatsächlich aus dem Bereich Grundstattung, also der ist tatsächlich, wenn man so will, wirklich ein Fabian, wenn es da wirklich zu ist. Ich kann tatsächlich was zum juristischen Bereich sagen, aber ich habe jetzt keine Expertise im Bereich wie Wohnungen Immobilien bewertet werden. Ja, und wir haben damals so eine Tagung gemacht, wo wir uns genau mit dieser Frage der Entschädigung auseinander gesetzt haben und in Vorbereitung auf die Tagung haben wir damals ein Thesenpapier geschrieben und dann später einen Buchbeitrag draus gemacht. Ja, und da war es uns tatsächlich wichtig, einmal festzuhalten, dass ich aus der juristischen Argumentation jedenfalls, wenn man jetzt die Rechtsprechung zu Artikel 14, die man auch nur mit Vorbehalt auf Artikel 5 zu übertragen darf, aber selbst da ist eindeutig festgehalten, dass unter Verkehrswert entschädigt werden darf und auch die Frage der Art der Entschädigung, ob es eine Einmalzahlung ist oder ob man irgendwas mit Schuldscheinen macht, dass das offen ist und dass es im Ermesen des Gesetzgebers ist, darüber zu entschädigen. Das war uns wichtig festzuhalten und dann war uns wichtig, quasi die Diskussion anzufangen, wie denn überhaupt Immobilien, die dem Markt entzogen werden, entschädigt werden sollen. Und da war es für mich interessant zu lernen, dass es auch bisher schon verschiedene Bewertungsverfahren gibt, wie man den Wert einer Immobilie bemessen kann und dass jeweils nach dem Verfahren natürlich auch ganz andere Summen rauskommen. Aber tatsächlich ist es ja auch logisch, in einem marktwirtschaftlichen System spielt da natürlich die Frage, wie viel Geld kann ich dafür kommen, schon durchaus eine Rolle. Wenn man dann sagt, wir schaffen jetzt hier einen neuen Bereich, der geht überhaupt nicht mehr bei der Frage, wie viel kann ich maximal auf dem Markt dafür erzielen, sondern da ist eh völlig klar, dass das quasi sozialen Kriterien unterliegt. Das ist ja eine ganz spannende Frage, wie das überhaupt bewertetet werden soll und kann. Und da müssten ja eigentlich neue Maßstäbe entwickelt werden. So, genau. Und die Diskussion, das ist einfach spannend. Ja. Also man kann sich merken, für diejenigen, die das Gesetz dann umsetzen, also dazu ist natürlich noch einiges nötig, auch politisch, das sollte uns auch allen klar sein, also man darf sich jetzt nicht zurücklehnen und warten, was die Juristen da unter sich auskaspern. Aber wer es dann auch immer umsetzt, jeder Euro, der mehr gezahlt wird, den wollte man dann auch mehr zahlen im Zweifelsfall. Denn wenn man eurer Argumentation folgt, gibt es einen sehr breiten Ermessensspielraum und jetzt ist natürlich die Frage, zu wessen Gunsten dieser ausgenutzt wird, also zugunsten der Kapitale oder? In Grenzen, ne? Also ich würde zum Beispiel durchaus ein Wert haltbar sein, das nicht, sondern es muss schon ein Verfahren sein, was einfach vollziehbar ist und auch angemessen erscheint. So, das ist tatsächlich glaube ich durchaus nicht einfach, sich da was zu überlegen. Also was klar ist, dass weit unter Verkehrswert entschädigt werden darf, also zumindest nach meiner Auffassung, das hat glaube ich auch festgehalten, wie jetzt aber der Wert messen wird, ja genau der Wert oder da nochmal Abschlag gezahlt wird, das ist tatsächlich was, was man glaube ich demokratisch schon gut abwägen und auch durchargumentieren muss, weil das kann natürlich auch dann vor den Gerichten Bestand haben oder eben nicht Bestand haben. Gut, dann wenn wir uns mal der nächsten Frage vor, die die Kommission geprüft hat und zwar ob sie Unternehmen wie zum Beispiel die Immobilienkapitale nicht auch auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes Absatz 1 berufen können. Also ich finde die Diskussion ein bisschen weird, da ich immer dachte, also so wie es im Artikel 12 steht, Deutsche im Sinne des Grundgesetzes wären nur natürliche Personen, keine Unternehmen, aber ja, was gibt es denn dazu zu berichten? Ja, also über 193 können sich schon auch juristische Personen sozusagen auf die Berufsfreiheit beziehen. In meinen Augen also meine Argumente dafür, dass in dem Fall quasi Artikel 15 Artikel 12 verdrängt, so, selbst wenn man sich aber aufzustellen würde, dass Artikel 15 den 12 verdrängt, würde ich davon ausgehen, dass auf gar keinen Fall das Schutzniveau des Artikel 12 höher ist als das von Artikel 15, sondern wenn würde dann eben eine entsprechende Prüfung, wie man auch bei Artikel 15 macht, beim Artikel 12 stattfinden und genau, wenn es dann, wenn man zu der Auffassung kommt, dass man es bei Artikel 15 verfassungskonform ausgestalten kann, dürfte das dann auch für Artikel 12 gelten. Also natürlich ist Artikel 12 ein Grundrecht, was zu berücksichtigen ist, also so, da können Maßnahmen Artikel 12 betreffen, nur trotzdem kann auch wenn Grundrecht betroffen oder in das Grundrecht sogar eingegriffen, also da in das Grundrecht eingegriffen wird, kann der Eingriff natürlich konform sein. Ja, aber nochmal vielleicht kurz, also der Artikel 12 sagt ja wirklich wortwörtlich, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Wie ist es denn passiert, dass dadurch die Rechtsprechung Unternehmen auf einmal zu, also dieselben Rechte bekommen wie natürliche Personen, also ist das ein Beispiel für Klassenjustiz? Also im Artikel 19 Absatz 3, ich lese den kurz mal vor, heißt es halt, dass die Grundrechte auch für indische Personen, sobald sie ihrem Wesen nach auf die Anwendung sind. So, und immer gucken, ob ein Grundrecht vom Wesensgehalt her auf eine juristische Person anwendbar ist. Das wird bei der Eheschließung Recht auf körperliche Unversehrtheit bei einer juristischen Person, weil es jetzt körperliche Unversehrtheit bei einer juristischen Person kann, man kann aber durchaus sagen, dass jetzt bei der Frage, ob eine juristische Person quasi ihrer beruflichen Tätigkeit weiter nachgehen kann, da kann es natürlich schon eine Betroffenheit geben. So, genau. Nichtsdestotrotz haben wir auch gerade festgehalten, ist irrelevant, insofern, dass die einhellige Meinung auch der Kommission ist, dass die Berufsfreiheit nach Artikel 12 in der Abwägung nicht intensiver geschützt sein kann, als nach Artikel 14, nach der Enteignungen ja auch schon stattfinden, was ja, weiß ich, ob es einen Lützerraten Bäcker gab oder sowas, das betraf den ja dann auch, und nach Artikel 15 auch nicht. Eine weitere Diskussion ist, dass in der Landesverfassung des Landes Berlins, genannt Verfassung von Berlin, kein Sozialisierungsparagraf enthalten ist. Jetzt geht die Diskussion, so scheint es mir als juristischer Laie, so ein bisschen darum, ob das Grundgesetz auch in Berlin gilt. Die Diskussion geht darum, ob eine Landesverfassung bestimmte schützenswerte Güter, also hier privates Eigentum, höher schützen kann, als das Grundgesetz es tut. Wie schätzt du das ein? Also, das ist auf jeden Fall diskutiert, abgewogen sein muss, also das ist definitiv, ich hätte mich jetzt auf den Standpunkt gestellt, dass ich nicht davon ausgehen würde, dass der Gewährleistungsgehalt des Artikel 23 der Berliner Verfassung, wo das Eigentum geschützt wird, weitergehen soll, als der Gewährleistungsgehalt des Artikel 14 des Grundgesetzes. Und Artikel 14 des Grundgesetzes hat quasi in einem Artikel später den Artikel zur Sozialisierung. Wenn es jetzt irgendwelche Anhaltspunkte gäbe in der historischen Gesetzgebungsgeschichte, dass der Berliner Verfassungsgesetzgeber explizit das Eigentumsgrundrecht in Berlin stärker geschützt haben wollte, als im Rest des Bundes, könnte man diskutieren, ob sozusagen aus so einer historischen Auslegung dies zu berücksichtigen ist, da gibt es auch was nicht bekannt für Anhaltspunkte. Was ich jetzt tatsächlich mich aufzustellen würde, Artikel 14 ist nicht größer oder weiter als Artikel 14 des Grundgesetzes. Und dementsprechend hätte ich jetzt auch keine Sorge, wäre mein Standpunkt, dass deshalb natürlich Artikel 15 in Berlin auch Anwendung findet. Also das Grundgesetz gilt ja auch im Berliner Territorium. Genau. Ja, genau. Soweit vielleicht. Ja, apropos das Grundgesetz. Also das Grundgesetz, das wissen ja viele nicht, ist ja, so urteilt das Bundesverfassungsgericht mehrfach wirtschaftspolitisch neutral. Folgt man der Auffassung von Wolfgang Abendroth, den haben wir hier im Podcast schon öfter mal erwähnt, marxistische Rechtswissenschaftler und Begründer der Marburger Schule, einer marxistischen politikwissenschaftlichen Schule, die heutzutage leider nicht mehr so viel gelehrt wird an den Universitäten, aber deren Schriften auf jeden Fall noch meiner Meinung nach sehr, sehr lesenswert sind. Es gibt auch noch einige Vertreterinnen Transpizieren. Dann ist der Artikel 15 explizit auch Ausdruck des verfassungsrechtlich festgeschriebenen Sozialstaats mit Ewigkeitsgarantie im Artikel 20. Dennoch, juristische Fragen, mit denen sich auseinandergesetzt werden müssen, um Vergesellschaften Wirklichkeit werden zu lassen, insbesondere in Bezug auf Europerecht etc., weisen auf Einschränkungen demokratischer Entscheidungsrechte hin, also auch auf Einschränkungen zum Beispiel dieses, wie Wolfgang Abendroth argumentieren würde, verfassungsrechtlich und Sozialstaats. In Bezug auf Europarecht usw. usf. Die europäischen Verträge, die schützen ja auch zum Beispiel sowas wie unternehmerische Freiheit und damit auch ganz explizit das Kapital und internationale Verträge wie Freihandelskommen usw. beschränken letztlich den demokratischen Entscheidungsspielraum des Souveräns. Im Fall von deutschen Wohnen und Eignen könnte auch europarechtlich gegen Enteignungen vorgegangen werden. Der Europäische Gerichtshof hat im Gegensatz zu den oben zitierten Urteilen vom Bundesverfassungsgericht eine lange Geschichte einer explizit neoliberalen Rechtsprechung und auch das Bundesverfassungsgericht könnte seine Rechtsprechung in vorauseilendem Gehorsam dem anpassen. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Verfassungsgerichten? Kann es sein, dass Vergesellschaftung einem Europarecht scheitern könnte? Also man muss das also das Europarecht ist definitiv zu prüfen, weil natürlich ist es auch möglich, dass gegen europarechtliche Vorschriften verstoßen wird. Mein Eindruck ist aber tatsächlich aus schon erheblichen Spielraum für die verschiedenen Länder gibt, einfach weil man ja auch sagen muss, dass gerade im wirtschaftlichen Bereich in den Ländern auch Dinge teilweise komplett anders organisiert werden. So und wenn ich mir jetzt einmal angucken würde, so zum Beispiel Artikel 17 der EU-Charta, da heißt es auch im Wortlaut, dass Entziehung aus Gründen des öffentlichen Interesses und unter Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind und mit einer rechtzeitigen und angemessenen Entschiedigung das durchaus möglich ist und ich auch tatsächlich denken würde, dass bei den anderen europarechtlichen Vorschriften, also weiß ich nicht, verbotsstaatlicher Handelsmonopol oder Eingriff in die in die Wettbewerbsfreiheit, dass das durchaus noch Rahmen ist, ohne dass da tatsächlich ein Verstoß angenommen werden müsste oder vorliegt. Das wäre in meinen Augen der einzelnen Länder, was sie dazu machen können. Und wenn ich noch kurz was zu Abendbrot erwähnen darf, weil du den gerade angesprochen hast, ich habe mich nämlich im Kontext jetzt hier von Deutschen Wohnen tatsächlich wieder nochmals mit ihm beschäftigt und mir gefällt oder dieser Gedanke, den er hat, dass das Grundgesetz, in dem es sowohl quasi liberale Freiheitsrechte gewährt und gleichzeitig auch Gleichheitsrechte normiert, also zum Beispiel im Artikel 3, dass ein Grundgesetz aus dem Grundgesetz ein Auftrag entsteht, der Auftrag zu entnehmen ist, die soziale Ungleichheit in diesem Land. Das ist unter anderem ein Punkt, das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Gedanken, weil er eben gesagt hat, ab dem Moment, wo es eine massive Ungleichheit im Land gibt, wird es immer für Menschen, die eben es schwieriger haben, wird es, oder die weniger Geld haben, wird es immer schwierig sein, auf dem gleichen Niveau, wie zum Beispiel reiche Menschen ihre Frage zu nehmen und da ist daraus eigentlich sogar eine Pflicht zu entnehmen ist, dass quasi sozialstaatlich gegen diese Ungleichheit gearbeitet werden muss. Das ist natürlich tatsächlich schon sehr weitgehend, habe ich aber tatsächlich große Sympathien dafür und wenn man so will, kann man sagen, dass Artikel für wenige Artikel ist, die sich quasi genau diesem Handlungsauftrag verschrieben haben und ich kann auch nur nochmal sagen, dass beispielsweise die Staatsrechtslehrer, da war ich jetzt mal ungegendert, weil die hieß damals so, also die ist glaube ich jetzt immer noch so, die Staatsrechtslehrertagung damals gab in den 50ern meine Tagung auch zu Artikel 15 durchgeführt hat und da teilweise wirklich aktiv und spannend diskutiert wurde, wo ich manchmal so denke, da könnte sich die Rechtswissenschaft gerade, muss man sich wieder quasi, ja, kann man sich durchaus daran orientieren, findet ja gegenwärtig auch statt, es ist ja tatsächlich so ein ganz juristischer Diskurs auch im Artikel 15 ja quasi initiiert worden. Ja, zum Beispiel wollte die FDP in den 50er oder 60er Jahren den Artikel 15 auch schon mal abschaffen und damit sozusagen auch festschreiben, dass die Bundesrepublik, also ich meine, muss ich ja auch nichts vormachen, also nur weil es theoretisch die Möglichkeit im Grundgesetz gibt, also die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen sind halt die, die sie sind und die Bundesrepublik ist ganz klar ein kapitalistisches Land und auch ein Land, das natürlich, was es so an sozialen Aspekten gab, auch in den letzten Jahrzehnten weitestgehend stark zurückgebaut hat, das liegt nun mal an den politischen Kräfteverhältnissen, die wir haben in diesem Land und da kann man einfach feststellen, dass linke Kräfte an Boden verloren haben die letzten Jahrzehnte, deswegen ist es natürlich jetzt vielleicht ein bisschen wohlgefällig, das hervorzuheben, aber nach wie vor ist sozusagen das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral und hat, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, eigentlich implizit auch einiges, was in Richtung eines demokratischen Sozialismus verweist, also bestimmte Aufträge, die sozusagen, wenn man das Grundgesetz und Sozialstaatsartikel ernst nimmt, dann müsste man eigentlich einiges anders machen, als es jetzt so ist, also Beispiel ja auch das Landesverfassungsgericht, dass es dort den Auftrag gibt, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt, erstens und zweitens scheint ja auch niemand zu stören, weil so richtig umgesetzt wird es ja nicht irgendwo. Ja, also ich meine, es ist natürlich absolut notwendig und richtig, also dass beispielsweise Artikel 15 damals verteidigt wurde, dass es eben nicht aus dem Grundgesetz rausgestrichen wurde und gleichzeitig hast du ja gerade richtig gesagt, es ist halt dann auch eine Frage der Kräftefälle, auch mit der wirtschaftspolitischen Neutralität, also es hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach so klar gesagt, dass das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral ist, das heißt, der Spielraum, das für weitaus mehr demokratische und soziale Projekte zu nutzen, der ist definitiv vorhanden, so wir müssen halt da darum kämpfen, dass es dafür auch politische Mehrheiten gibt, so. Ja, wir müssen es auch durchsetzen, also ich würde auch immer argumentieren, dass politische Mehrheiten, wenn man jetzt nur in Parlamenten denkt, nicht reichen werden. Ja, das ist absolut richtig. Vielleicht zum Schluss dann noch ein paar politische Überlegungen, also du bist SPD-Mitglied. In Umfragen und auch auf eurem Landesparteitag, wir haben darüber gesprochen, wurde immer wieder deutlich, dass die SPD-Basis und die Wählerinnen der SPD Deutsche Wohnen und Co. Enteignung sehr stark unterstützen. Also selbst in der CDU-Wählerschaft gibt es große Unterstützung eigentlich für Deutsche Wohnen und Co. Enteignung. Generell gilt die Berliner SPD als für die Sozialdemokratie, wie sie jetzt ist, als ziemlich links. Was sich auch immer wieder an Parteitagsbeschlüssen der Berliner SPD zeigt. Es scheint aber so eine Art Bruch zu geben zwischen der Parteibasis und dem Parteiapparat. Das muss man glaube ich feststellen. Den gibt es nicht nur in der SPD, das gibt es in vielen, vielen anderen Parteien auch. Also ich bin in der Linken, in meiner Partei gibt es das auch. Also das will ich jetzt sozusagen gar nicht leugnen und die SPD jetzt da als irgendwie das, den Buhmann hinstellen, sondern das ist einfach etwas, was in Parteien nun mal so eine Regel zu sein scheint. Die AGH-Fraktion und die Senatoren der SPD, insbesondere Senator Geisel, arbeiten ganz aktiv gegen den Volksentscheid und auch ganz aktiv gegen die Vergesellschaftungskommission. Du hast gesagt, die Kommission tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war ursprünglich ja beispielsweise mal anders vereinbart worden, also höchstmögliche Transparenz. Und damit sozusagen arbeitet da auch der Senator der SPD auch ganz aktiv gegen die eigene Basis und gegen das Projekt, das die eigene Basis so stark unterstützt. Diese Brüche zwischen Apparat und Partei gibt es, wie gesagt, überall. Aber wie würdest du dir das erklären, dass es überhaupt möglich ist, dass es zu so einem Bruch kommt zwischen dem, was die Parteibasis eigentlich möchte und dem, was die Funktionäre dann letztendlich machen? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich muss sagen, die beschäftigt mich jetzt nicht nur bei Deutsche Wohnen und Eigenen, sondern die hat mich jetzt, seit ich jetzt in der SPD bin, total oft schon beschäftigt, weil zum Beispiel auch bei der Agenda 2010 war das durchaus was und da kann ich wirklich nur sagen, die Personen, die damals in Opposition zur Agenda 2010 waren, die waren in der absoluten Minderheit und haben ja auch wirklich mit einem großen Druck von oben damals klarkommen müssen. Und gleichzeitig war es dann ganz anders. Tatsächlich hast du ja gerade auch beschrieben, dass es in der Linkspartei so ist, das wäre tatsächlich mal eine Aufgabe, ich weiß gar nicht genau, wie es Disziplin ist, wahrscheinlich soziologisch oder sowas in der Richtung, die das mal untersuchen, welche Mechanismen da wirken. Also das ist durchaus, sage ich mal, zwischen linken Regierungen und linken Aktivistinnen an der Basis, was jetzt viele in der SPD ja auch einfach sind, weil es gibt auch einfach viele an der Basis, die auch bewusst sagen, sie wollen nicht in Mandate, sie wollen nicht in herausgehobene Position, dass es da oftmals quasi so ein Spannungsverhältnis gibt, das finde ich, kann man schon natürlich erklären, weil glaube ich, linke Menschen, wo ich uns beide jetzt mal zuzähle, wir wünschen uns, glaube ich, an so vielen Punkten in der Gesellschaft eine Veränderung, wo man wahrscheinlich, was einfach sehr, sehr schwierig ist, selbst wenn man konkret in einer einzelnen Regierung ist und man wird als Bewegung und wahrscheinlich auch als linke Aktivistin immer sagen, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr so und gleichzeitig ist es zumindest so, wenn man nicht absolute Mehrheiten hat und die ganze Bundesrepublik jetzt auch sehr links und wird man immer wieder auch um Kompromisse in realen Zwängen so. Deswegen, dass eine linke Regierung im Spannungsverhältnis ist zu linken Aktivistinnen, das ist, finde ich, so ein bisschen natürlich, da, finde ich, muss man auch immer in einem guten Dialog bleiben, also ich finde, es ist Aufgabe der Aktivistinnen halt immer zu viel zu schaffen, wie es geht und gleichzeitig müssen reale Zwänge auch erklärt werden, so, dass es da eben nicht zu einer kompletten aber das ist eine Herausforderung, also das ist, glaube ich, eine Herausforderung für alle Parteien oder für uns linke Menschen, sage ich mal so, ja. Warum es jetzt konkret bei Deutschen Wohnen und Eigenen so gekommen ist, kann ich tatsächlich nur schwer erklären, weil ich habe mit so einer kleinen Gruppe von SPDlerInnen Unterschriften gesammelt und wir haben auch bewusst, sind wir immer in unterschiedliche Gebiete gegangen und ich fand es total interessant, weil meine ganzen Klischees, wer sowas unterstützt und wer sowas nicht unterstützt, ich bei Deutschen Wohnen und Eigenen tatsächlich korrigieren musste, es war nämlich wirklich, bei denen ich eher gedacht hätte, die sind vielleicht eher konservativ orientiert oder so und die haben das unterstützt, weil einfach die Einsicht, dass es so in Berlin nicht weitergehen kann, wirklich hoch ist. Würde ich mir sehr wünschen, dass diese Erkenntnis in der SPD weiter ankommt. Gleichzeitig muss man immer sagen, wir kämpfen demokratisch und wir kämpfen weiter und tatsächlich es hat sich in der SPD jetzt auch schon einiges getan, der letzte Landesparteitagsbeschluss war schon ein anderer als vorher, wenn es so weitergeht, vielleicht schaffen wir das ja auch, dass es vielleicht auch bei noch mehr Menschen in höheren Positionen in der SPD so eine echte Überzeugung dafür gibt, aber das ist noch ein längerer Weg, er kann Illusionen machen. Ja, hier ist ja auch immer geduldig und ich kann auch aus meiner Partei berichten, wenn es niemanden gibt, der so Verteidagsbeschlüsse auch immer mal wieder vorzieht und sagt, da haben wir das und das beschlossen, warum geschieht denn das nicht, dann ist es auch immer schwierig. So, ich könnte jetzt noch ganz viel sagen, weil eines meiner Steckenpferde ist materialistische Staatskritik. Man muss natürlich sagen, also es gibt, also der Staat ist ja kein Fahrrad, auf das man sich setzt, sondern kann man die Richtung irgendwie bestimmen, sondern das ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dass zum Beispiel auch die Verwaltung entwickelt eine Eigenlogik und diese Verwaltung zu beherrschen und sie sozusagen dazu zu bekommen, das zu machen, was man will, ist sehr, sehr schwierig. Die Weimarer Republik ist daran zugrunde gegangen, hundertprozentig. Natürlich gibt es noch Machtzentren außerhalb des Staates, das Kapital beispielsweise, es gibt bestimmte Möglichkeiten, die Menschen mit Besitz den Staat erpressen können auf eine Art und Weise, also Freizügigkeit, dann gehe ich eben in ein anderes Land und bau dort meine Fabrik auf, dann bekommst du keine Wahlkampfspende mehr und so weiter und so fort, bestimmte Einflussmöglichkeiten, das ist ein Riesenfeld, Aber ja, es gibt übrigens eine soziologische Untersuchung zu diesen Mechanismen von 1908 von Robert Michels. Ach, cool. Ja, so die heißt, die Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie und Robert Michels war damals SPD-Mitglied und hat sich explizit die Frage gestellt, warum sich so etwas in Parteien wie der SPD bilden kann, weil er meinte, von bürgerlichen liberalen Parteien, die müssen wir gar nicht untersuchen, das ist ja klar, aber ja, man muss zu Michels sagen, der war von dem, was er dann entdeckt hat und zwar, dass er an der Gesetz der Oligarchie, hat er es genannt, so enttäuscht, dass er Faschist geworden ist, also tatsächlich, also der ist dann sozusagen in den 20er Jahren zum Faschismus in Italien übergelaufen und hat dann unter Mussolini Elitentheorie betrieben und hat dort auch eine Professur bekommen, aber ja, dieses Buch ist wirklich sehr lesenswert und wenn ich irgendwann mal jemanden finde, mit dem man da irgendwie ein gutes Interview zu machen kann, dann steht es auf jeden Fall auf meiner Liste. Spannend, sehr spannend. Ja, es ist auch schwer zu kriegen tatsächlich, es ist antiquarisch nahezu vergriffen und ich habe, ich habe Glück gehabt und habe eine recht teure Ausgabe aus den 80ern noch irgendwo bei Booklooker oder sowas, glaube ich, ergattert. Aber Franziska, vielen Dank für diese kleine, man muss auch wirklich sagen, trotzdem noch, also trotzdem bleiben noch sehr, sehr viele Fragen offen, also insbesondere diese Frage mit Verhältnismäßigkeit wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen ziehen, die Diskussion zu bestimmten Sachen, wie zum Beispiel zu den europarechtlichen Fragen hat auch die Expertenkommission sich noch keine abschließende Meinung gebildet. Also, da ist noch viel offen und vielleicht an die Leute, die da draußen jetzt zugucken, der Aufruf hört, also sozusagen, gebt euch nicht damit zufrieden, dass es in irgendeiner Kommission ist, sondern organisiert weiterhin Druck, organisiert weiterhin in den Verbänden und Organisationen, in denen ihr seid, Mehrheiten für den Volksentscheid und seid auch bereit, im Zweifelsfall auf die Straße zu gehen und dann wird es ja vielleicht noch was mit der Vergesellschaftung. Danke, dass du da warst, Franziska. Ja, vielen Dank für die viel Spaß gemacht. Mir auch. Dann kommt jetzt das Outro und wir sehen uns das nächste Mal bei 99.1. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.